Wir werden wahrscheinlich gebannt, wenn wir sowas gucken, oder verstößen gegen die Richtlinien, oder? Ich guck mal hier eben selber. Tanzverbot, Schlägerei, Gamescom. Tanzverbot hatte eine Schlägerei. Das kann man doch gucken, oder? Haben schon viele drauf geactet. Okay. Das ist auch ganz kurz, das Video, das geht nicht lange. Tanzverbot vs. Orange-Morange. Was ist das denn? So, wir gucken mal, welches Video soll man schauen. Hier gibt es mehrere. Ich denke mal, das ist hier ganz gut, oder? So, warte mal. Nochmal von vorne, das geht mir hier ein bisschen schneller. Also, wir sehen hier den Tanzverbot, ja? Den kennen wir alle. Also, Tanzverbot kenne ich. Und wer ist Morange d'Orange? Also, es geht darum, dass Orange Casino Streams gemacht hat. Der Freund von Shaden Rowe. Echt? Ist das der Freund? Okay, weiter geht's. Bin gespannt. Warte mal, die Dame im Hintergrund, die eskaliert ja richtig. Ist, aber ist nicht Shaden, ne? Oh, Mensch. Da ist auch, glaube ich, ein... Da ist auch, glaube ich, ein Glas geflogen, wenn ich mich nicht irre. Ja gut, das Video war scheiße. Gibt es noch andere Aufnahmen? Also, eine Schlägerei stelle ich mir natürlich anders vor. Das ist für mich keine Schlägerei. Man hat nichts gesehen. Ja, ich habe auch nichts gesehen. Ich guck mal noch. Hier gibt es eine zweite. Du bist ein Heuchler, Mann. Wer bist du nicht? Hat der Schumme gesagt? Du hast deine Ehre verkauft. Ja und? Dämliche Missgeburt. Du dämliche Missgeburt hast deine Ehre verkauft, okay? Also, hier geht es echt wild zur Sache. Du Bastard. Du Bastard. Wird hier auch gebrüllt. Hier haben wir Shaden. Die kennen ja hier die meisten aus dem Chat. Liebe Grüße geht raus. Du bist ein Heuchler. Du bist ein Heuchler, bist du. Wer bist du nicht? Komm mal her, du 60 Kilo Bastard. Komm mal her, du kleiner Bastard. Komm mal her, du Steak Bastard. Hey, du 60 Kilo Bastard, feier ich. Das ist eine geile Beleidigung. Oh, Harvard ist auch. Harvard ist auch geflogen. Hey, heuch. Heuch. Digga, ich will ficken. Digga, ich will ficken. Hey, du hast verboten. Das Traurige ist, dass da ein Ding ins Flasche geklatscht ist, ne? Ich glaube auf den Kopf von einem Mädel. Also sah auf jeden Fall in dem Video vorher so aus. Aber Freund, das ist wirklich Kindergarten. Das ist Schwachsinn. Das ist irrelevant. Ja, wenn hätten die sich da wirklich auf den Kopf geklatscht, so richtig, war Plastikbecher. Okay, wenn es Plastikbecher war, dann ist nicht schlimm. Aber Tanzverbot, Alter, ich glaube, der hätte den rasiert. Der hätte den aufgefressen. Den 60 Kilo Bastard. Nicht, dass ich den so nenne. Mir ist das alles egal. Ja, ich kenne die beiden nicht. Tanzverbot kenne ich. Ich kenne Tanzverbot nur aus einem Video. Und das ist das hier. Legende, Digga. Legende. Ich kenne ihn nur von hier. Achtung, in diesem Live-Rap könnte krasse Sprache auf dich zukommen. Einige Worte könnten beleidigend, verletzend oder... Ich schwöre es euch, ich weiß, ich habe vorher noch nichts von Tanzverbot gesehen. Gar nichts, außer dieses Video. Das ist so lustig, Mann. Der hat einfach seine eigene Sprache erfunden. Du das nicht magst, solltest du jetzt besser umschalten. Aber es hört sich verdammt geil an. Es hört sich wirklich an wie eine geile erfundene Sprache. So als Kind, wenn man irgendwas mitgerappt hat. Man versteht kein Wort, aber richtig nice. Freunde, wir brauchen hier einen 60 Kilo Bastard im Chat. Mit dem Namen. Brauchen wir. Wir brauchen einen 60 Kilo B-Account. Ist das deine? Würdest du ihn? S-s-s-s-s-s- Er wirft einfach mit Wörtern um sich, die gar nicht existieren, Alter, so geil. Hört sich so ein bisschen an, wie dieses britische Dingens hier, ne, klingt krass, aber komplett Gänsehaut, Alter, ja, komplett. Bisschen wie britisch, englisch, miterfundene, bisschen afrikanisch und holländisch zusammen. Ja, das reicht jetzt auch, aber ich fand's lustig damals. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal, den findet ihr unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch-Folgen, wir werden wöchentlich öfter live gehen und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid, powerstech-gemini.de für die besten Supplements, da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.